Ich glaube die KD an sich hat damit nicht so viel zu tun, sondern eher die letzten Spiele so. Bitte? Haltu, Haltu, Haltu. Hydro? Langsam schlimmste ja auch. Ich muss aber ehrlich sagen, ich freu mich ein bisschen auf MW3 schon. Ich bin ein Bastard, dass ich mich wieder freue so, nachdem man jetzt so enttäuscht wurde, aber ich bin halt ein scheiß COD-Kid. Das gibt man nicht aus mir raus. Also es muss ein Banger-Jahr werden, weil das fünfte Jahr Medizin ist das entspannte Jahr. Ich werde den ganzen Tag zocken. Ich werde wirklich kein Medizinstudent sein im fünften Jahr. Hier bei mir im Studium, das ist das Jahr, wo Leute in Urlaub und so gehen, weil du wirst halt manchmal so zwei Wochen einfach so frei haben, weil du hast Unterricht in Blöcken. Das heißt, du gehst jeden Tag für ein bestimmtes Fach, für so zwei Wochen lang, gehst du vier, fünf Stunden lang ins Krankenhaus und dann hast du eine Prüfung und dann hast du immer zwei Wochen frei. Deshalb, Bro, es muss ein Banger-Jahr werden. Das finde ich geil. Blockunterricht finde ich eigentlich auch echt nice. Das hatte meine Ex auch in ihrer Ausbildung. Die hat es auch voll gefeiert. Ich habe es leider nie. Und ich habe, guck mal, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gefunden zwei Drohnen, ein Prezi, ein Mörser, aber nicht eine einzige Platte. Ich habe vier Streaks und null Platten. Komm mal Papa Platte, vielleicht kann er dir eine geben. Hier ist eine goldene Gasmaske noch bei mir. Äh, hallo Papa und Hatte? Äh, ja Bruder. Hast du vielleicht eine Platte im Haus noch für mich? Ja klar. Also ich muss wirklich eine Sache gestehen, ne? Also mein Gott war wirklich Todes-Dorkshit mit Papa Platte, aber was du gerade gemacht hast, war todesunlustig. Ich dachte, das wird seinem Humor entsprechen und so, weißt du. Naja, danke, Kuss. Was ist jetzt der Plan? Wieso ist hier keiner? Wir hätten ein Seil landen sollen. Es ist wirklich überhaupt nicht eine Person hier gelandet. Ich habe immer... Doch, also ich habe jetzt eine Platte gefunden, eine, aber ich habe nicht eine aufs Deck. Hallo? Also ich habe, äh, ich habe... Digga, ich werde gefackt. Ich habe, ich habe acht Platten. Wie soll ich das? Gib mir mal vier. Gib mir mal vier. Ich habe null. Wirklich gar keine aufs Dash. Ja, warte mal, ich gebe dir... Dankeschön. Bitteschön. Oh, guck mal, hier sind Leute. Ah, du hast den drunnen Ball. Das mal nach rechts, das mal nach rechts, das sind mehr... Ja, oder wir teilen uns einfach auf. Ich nehme die Links zu, die Rechts. Ja, das ist auch... Merkel ist für mich safe. Ja, du wirst sterben. Ja, ich habe nichts gesagt, halt die Fresse beim nächsten Mal. Der zweite rennt auch weg einfach. Ja, schön. Na! Ah! Ah! So eine Scheiße, den verfolge ich jetzt nicht. Todesweit, dass es nur einen Solo-Modus gibt. Ach, das ist doch generell alles Quatsch mit dem ganzen Modi hier in dem Game. Ja, ja. Ja, ja. Die unfassbar lustig wäre das, als wenn du wirklich dead wärst. Was ist denn hier? Ist der runtergegangen wieder? Gebt mir noch mehr, Schatz. Schaut doch mit der Squad. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Oh Mann! Stirb doch! Oh! Krass, Digga! Ich hatte einfach recht. Digga! Bro, die sind das ein zweiter. Das kann nicht sein. Er hat Dark Meta auf seiner ISO. Nicht sterben. Dark Meta auf seiner ISO. Ja, das sind die größten... Oh, keine Sorge. Was spielst du da? Warte mal, es kommt kein Drop, ne? Doch, doch, klar. Nein. Da kommt noch ein bisschen später gleich in den Modus. Es kam doch letztes Mal. Wir haben keinen gekauft. Äh, wir haben zugeschaut. Äh, wir haben zugeschaut. Ne, warte mal. Bro, wir haben die letzte Runde gewonnen. Ja, wir haben komplett über viele Skills gemacht. Wir haben auch zugeschaut. Hä, aber wann haben wir einen Drop... Wir haben keinen Drop gekauft. Woher haben wir unsere Waffen gekauft? Ne, war, ich finde es echt sehr gut. Gab es wirklich einen random Drop? Ich erinnere mich aber nicht. Safe. Also, ich habe einen random Drop auf jeden Fall bekommen, ja. Kam da einfach, aber der kommt zu. Resurgence, ja. Das ist ein Massive Resurgence, ja. Wie heißt das auf Deutsch? Riesige Wiederauferstehung oder sonst irgendwie? Gewaltige Wiederauferstehung. Gewaltige, ja! Heißt es Gewaltige? Ja, ja, ja. Das ist insane. You're just such a linguistic God. Was passiert jetzt? Keine Ahnung, Bro. Weiß auch nicht. 1,1, vordere Aufklärung an. Verstand. Ah, Hall of Fame. Lass dich mal klatschen jetzt. Ja. Wolltest du mal abklatschen, bevor wir die klatschen? Ja. Was abklatschen? Warte. Komm mal her, komm mal zu mir. Ne. Ich klatsch nicht auf dich. Fick dich. Siehst du nur, was Fick dich sagt. Er sagt mich nicht Fick dich, sondern er sagt immer Fick dich. Wohne hat keinen Treibstoff mehr. Die Kerze zu Basen. Das ist ja mal die Morgte, ja. Das ist noch eine goldene Gas auf dem Klo. Das ist wirklich auf dem Klo drauf auch. In der Kloschüssel. Hä? Guck mal. Die goldene liegt wirklich im Klo einfach. Du hast die Gas auf dem Klo genommen, du ekelhafter. Bäh. Und aufgesetzt einfach. Bäh. Das ist geisteskrank. Hä? Wie? Wir wurden verarscht? Was? Röckel vor. Niemals ist das ein gekaufter Lowdown. Wir haben keinen bekommen. Ja. Ich hab doch gesagt. Was? Wo kannst du denn noch zählen? Ne. 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 Die vor mir nicht die links verändern. Der hab ich gesniped. Ich bin dead. Hier ein Brauern oder? ich bin sie nicht okay ich kann mich doch jetzt wenn sie einfach in meinen pc gelaufen anlacky boys beim nächsten mal dann wieso haben wir keinen load bekommen ich glaube wir haben ihn bekommen aber er wird einfach gar nicht angezeigt werden ja das habe ich noch nie gehabt wie kostet hier wir haben du es müssen 12 karten kaufen ja das stimmt stimmt ich habe eigentlich warten ich habe ich habe keine waffen oder warte mal nimm hier in das paket und das waffen kaufen ist das mit flinke hände doch hier ja dann einer load op paket auch mit alarmiert glaube ich ja das habe ich genommen nee das ist geist das ist geist okay alarmiert wird natürlich besser aber geist ist auch dann waffen kaufen ja ach so nee geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht ich habe die klasse nicht weil es macht keinen sinn wenn jeder von uns sich waffen kauft haben wir 10k ausgenommen rausgegeben ausgenommen macht schon mehr sinn so eine ganze zeit wo gesagt abgenommen hat nicht abgenommen gesagt was anderes gesagt ich weiß was du meinst nein er hat auf gar keinen fall gesagt abgenommen nein 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 du hast es so nicht bestanden ja das sowieso aber das ist nicht das nicht bestanden ist die kann man eigentlich so auf die theorie verkacken ja ja nee hat er praktisch im praxis oder als theorie ne theorie ich weiß nicht wieso jeder denkt immer praxis weil ich weiß ganz genau das teil des videos war so ja zum nächsten mal anmelden zur prüfung gibt's neue fragen so mäßig deshalb muss ja theorie gewesen sein ich sterben sah das wo aber von da ist ganz gut hier am schock ich habe einen geholt der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel ab wird flex ist das unlucky für ihn das tut mir wirklich gar nicht leid ist da auch gerade noch einer geklettert außer mir oder nicht habe ich eingehört oh mein gott alter genau mein gott hier ist einer gelandet äh manchmal anfälle oh mein gott ich wurde gedouble sniped glaube ich komm ich weg ey ey ich weggefickt von der leiter das kann er nicht sein der hat mich aus dem heli gesniped ich hab zwei ich glaube ich hab von beiden teams gleichzeitig ne slipe kassiert ist das krass und dann komme ich da nicht rein das war ohne vorher zum essen einladen ja das war wirklich direkt reingesteckt das habe ich direkt reingesteckt da gerade ich wurde von zwei teams gleichzeitig gesagt und einer aus dem heli einfach dann wäre ich weggekommen aber ich konnte ich konnte nicht von oben rein das kann ja nicht schade nein nimm alles das kann aber dann kann das nicht ist das frech von heute geld brauchen wir hier man die fackeln aber auch wirklich ab da oben die mutter sind raffiniert die nehmen die kohle an so ich stehe jetzt auch einfach gleich in neun sekunden leider kann ich nicht erst in neun hat gestöhnt einfach schön das soll ich ich habe gestimmt du gestöhnt hast ich habe es so ich habe keine armony mehr kennst du animals von martin garricks diesen welcher was azitoni wohl gerade macht wo der ist gestorben glaube ich sogar längerer zeit schon also das ist das was ich mitbekommen über ganz oben drauf bei dir wo gehen denn die shots von mir hin ach digga wo komme ich hier hoch leiter außen glaube ich hast du einen air strike die ein komplett abgehen ich gehe hoch ich denke ein schwanz ehrlich war nur einer warum nimmt er nicht automatisch gemacht ich habe keine armonie ich habe nur 50 schuss nehmen doch die armonie auf automatisch ich habe panzerplatten ich glaube zumindest was machst du denn sie auch die ganze zeit über die jetzt zum panzerplatten dingen das dreieck gedrückt für anfordern einfach du willst das panzerplatten haben neue sprache erfunden oder was wo ist macht alles rum ich mache mein ding auf ich kann nicht zurück mein kreis so auf den sack ich mache die minimap auf ich kann sie nicht mehr schließen sollte auch nicht die minimap schießen hier müsste einer close gewesen sein drin oder was links die sau wir haben keine drohne das ist so kacke ey lass mal nicht mehr heiltoa landen das ist wirklich arschritze das war komplett der schlechteste call den ich jemals gemacht habe das gebe ich zu hast dich auch ein bisschen dafür jetzt ja kurz braun äh lass uns ohne kaufen schlacken mobile stopp äh der dukt sich unter meinen schuss das ist frech ne gar nicht links 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 oh hier fliegt einer er will auf uns stunten das ist das team pass auf pass auf wir werden uns sandwichen close bro ey wir werden so unfassbar gesandwiched gerade das ist insane ich glaube komplett weg pass auf wegen dem asterick tschau 10 an einer cluster töttingsch fast bei mir das sind zweiter hier ja ich werde angst Ich weiß nicht von wo. Das ist jetzt ein bisschen sweaty hier, ne? Ja, ja, aber passt noch. Hast du Platten? Ja. Werd amüsiert aber. Sniper? Ja, Sniper oben auf red. Lass kurz noch Plattenbox kaufen. Ja. Schnell den Shop nehmen. Ok, ich hab Plattenbox und Drohne gekauft. Wichtig. Shop Plattenbox, ja. Ja. Rechts rum müssten noch welche sein. Kannst die Drohne eigentlich sogar anmachen. Mein Scheiß. Bin Shop gesnaped. An mir. Rechts. Ja. Hast du Goldene? Ja. Lass weiter Moogong. Lass auf die Häuser. Scheiß auf die. Lass auf die. Lass auf die. Lass auf die Zone. Hä? Hä? Das war einfach einer nur? Die haben sich hier gegenseitig getötet. Ja, ja. Die haben sich gegenseitig getötet. Spielzone, ja. Wollt ihr weiter den Modus spielen? Fragt Floyd. Bist du alleine oder was? Macht schon Spaß, ne? Das ist schon ganz geil eigentlich, ja. Ja. Wenn Floyd das alleine ist, würde ich ihn jetzt nicht alleine lassen. Ja. Dreht sie auf mich. Wo auch immer. Nein, ist weg. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Das ist das selber. Wie sagt er, wie sie so gewackelt gerade? Nur einzelne einfach alle mit Safe-Werive. Und wir hast auch noch den Kill, sag ich. Schlag ist Ende. Ich wurde doppelt gesnipet von irgendwem. Oh, ich wurde auch schon gedrückt. Soll ich versuchen? Ich kann nix sagen. Ja, alles gut. Kein Effekt beim Ziel. Ich geh ins Win-House. Das Spiel war 0 von 10. Okay. Battle-Brit haben die gespielt. Über Werbung oder einfach so? Nee, nee, nee. So. Keine Ahnung von der Win-Frost hier. Oh, wie viel geplant, ne? Digga, komm mal zurück. Komm mal zurück. Ja, chill. Ich bleib. Ich bleib hier noch kurz. Okay, bleib. Ich hatte eine One-Shot-Helden, weil wir kassiert. Und ich komme auch nicht weg. Ich bin safe tot. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich lebe. Oh mein Gott. Die wollen nicht pushen. Soll sie mal an. Ich rücke vor. Ich airstrike dein Haus. Mhm. Ich rücke hier vor. Oh, ja. Change das nicht mehr. Change das nicht mehr. Spielen in die Zone aus. Je ne, ne. Ich schaffe es nicht mehr. 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 Du hast den Marker bekommen. hier drin von hier außen kommt hoch das war schon ich habe gerade gesehen ich habe gerade was kann ich weiß von wo die einer das noch ja das noch also ich würde noch so ein spiel ist ja lebron freud ist jetzt alleine ist er allein ist ja nun nun wo wie geil schreibt mal freud dass er seine ohne raus heute wenn er mitführen möchte da gibt es kippen mario mit so einen abartigen kriegskraub sehen oder nicht ne alles gute ist es ist der geil wie sie wie findest du so richtig geiles bäckerbrötchen einfach nur ein brötchen salami tomate gurke salat und noch ein bisschen nutella und salami mit butter und salami und salami und dann noch käse und dann noch so drauf ja und dann noch ein bisschen vielleicht die erwarte ich will ja boah philadelphia boah philadelphia bro boah philadelphia